Hallo ihr Lieben, eine kleine Information zum Prey Let's Play. Mir ist ein kleines Malheur passiert. Folge 11 bis 15 haben keinen Spiele-Sound. Meine Vertonung ist mit drauf, der Spiele-Sound und damit auch das Voice-Over. Ich habe zwar die Untertitel an, aber das normale Voice-Over ist nicht zu hören in den Episoden. Die sind verhältnismäßig lang, die Folgen. Und jetzt ist ein bisschen die Frage, soll ich es nochmal spielen, nochmal neu aufnehmen oder soll ich es einfach so ausstrahlen? Schreibt es bitte gerne in die Kommentare, was ihr da lieber habt. Ich könnte ansonsten ab morgen dann Folge 11 bis 15 ganz normal jeden Tag eine Folge weiter ausstrahlen und ab der 16. wäre dann wieder der Ton drauf. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es passiert ist. Es tut mir sehr leid, aber ich habe es dann zu spät gemerkt. Erst heute, als ich die Folge hochgeladen habe, dachte ich so, Moment, irgendwie klingt das doch komisch. Da fehlt doch was. Ja, und dann habe ich gesehen, ja geil, Spiele-Sound irgendwie nicht aufgenommen. Ich weiß nicht, warum. Ja, schreibt es einfach gerne in die Kommentare. Tut mir wirklich leid. Taks ja, schreibt es einfach gerne in die Kommentare, aufneuche ich euch schon mal drauf. Untertitelung des ZDF, 2020